Hallo und willkommen zurück bei Mocha Entertainment. Wie ihr an der Bildqualität wahrscheinlich erkennt, sind wir mit einem Livestream direkt gestartet, den ich vorher zugegebenermaßen nicht angekündigt habe. Warum nicht angekündigt, weil ich eigentlich was anderes vorhatte, aber festgestellt habe, dass die Speicherer der Kamera noch voll ist und ich ehrlich gesagt nicht die nötige Zeit hatte, diese noch vorher leer zu räumen und ein gescheites Backup von den Daten anzulegen bei Auftragssachen ist es immer so, dass ich gerne die Originaldateien noch mal zur Sicherheit behalte. Und so ich dann doch auf den Laptop umgestiegen bin und es heute doch nur einen kleinen Livestream gibt, den ihr wahrscheinlich entweder gar nicht seht oder aber zeitversetzt dann irgendwann wie ein normales Video, nur halt mit der schlechteren Bild- und Tonqualität. Aber dennoch finde ich es schön, wieder zurück zu sein, also mehr oder weniger zurück. In meinem Fall mehr. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man Urlaub hat und dann zu seiner Oma oder seinen Eltern fährt und aus irgendeinem Grund es sehr schwer wird zu sagen, nein, danke, ich bin schon satt, ich möchte nicht noch was. Ich habe dieses Problem und generell ist Essen so meine persönliche Schwachstelle. Da kann ich eigentlich gar nichts abweisen. Ich nehme alles. Wenn ihr mir was schenken wollt, ich mag Essen. Und so kam es, dass ich wie jedes Mal, wenn ich Urlaub habe und folgendessen mal bei Verwandten vorbeischaue, einige Kilos zugenommen habe, die ich jetzt die nächsten zwei bis drei Monate wieder runterarbeiten werde. Daher fahre ich mit dem Rad zur Arbeit. Das war eigentlich auch das, was ich in erster Linie freiwillig getan habe in den letzten Monaten, wo ich eben nicht auf Sendung war. Ich war viel mit dem Rad unterwegs, habe mir jetzt eine kleine 12, 13 Kilometer Rundstrecke hier runden bei Thomburg zusammengeschustert. Also ich habe die nicht gebaut, ich habe nur die Wege rausgesucht und das so verkettet, dass ohne irgendwo doppelt herzufahren ein Rundkurs entsteht. Und habe eben an Auftragsproduktionen gearbeitet. Ich hatte ja auch vor die Webseite endlich online zu schalten, aber auch damit bin ich noch nicht durch. Nimmt eben doch sehr viel Zeit in Anspruch. Das werde ich jetzt aber weiterhin so nebenbei machen. Und hatte ich sonst noch irgendwas verändert? Hatte ich irgendwas angekündigt? Immer noch keine Brillenkamera, aber wofür auch. Momentan geht es ja auch so. Ich würde sagen, dann halten wir das heute mal hier schön kurz. Ich schaue gerade irgendwo müsste. Nö, die Zeit wird mir nirgendwo angezeigt. Nö. Dann würde ich sagen, beende ich das Ganze hier schon wieder. Ich bin wieder da, den nächsten Livestream mit Fragen und Antworten. So dass ihr direkt Fragen stellen könnt. Schriftlich. Ins Video rein. Werde ich jetzt gleich noch vorbereiten, so dass ihr schon Fragen stellen könnt, falls ihr nicht live dabei sein könnt. Und der wird dann nächste Woche Mittwoch, also am Kalender, mal schauen. Nächste Woche Mittwoch, also nicht jetzt Mittwoch, sondern danach. Am Mittwoch, dem 24. September sind wir wieder dann live. Ihr könnt entweder in die rechte Seite vom Video dann Kommentare schreiben, die ich direkt hier angezeigt bekomme und euch direkt beantworten kann. Oder aber ihr schreibt sie jetzt in den kommenden Tagen schon rein. Dann kriege ich die da auch angezeigt. Oder aber ihr gebt mir eine persönliche Mitteilung durch, dass ihr gerne live ins Video rein wollt. Dann kriegt ihr euer eigenes Videopenster und wir können direkt verbal miteinander kommunizieren. Überlegt es euch, wie ihr es gerne haben wollt. Ich bin dafür alles offen und würde sagen, dann war es das von mir. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Ich bin mutig, ich sage direkt Mittwoch. Mittwoch kommt das nächste Video. Ich weiß nicht, ich hatte im letzten Livestream was angekündigt mit den Sendezeiten. Da muss ich nachher nochmal nachschauen. Also jetzt das nächste Video kommt Mittwoch. Und zwar wieder richtig gefilmt. Und ich denke dann am Wochenende machen wir den nächsten Wiederkäuer. Boah, ich würde sagen, das war es dann. Keine Ahnung, wie lange das jetzt war. Ich tippe mal auf die üblichen 5 bis 6 Minuten. Und würde sagen, einen schönen Gruß an die Herde. Und bis zum nächsten Mal. Übertragung beendet.